Steht noch nicht? Zu unserem Ohr mal entschädigt. Das ist ja, wenn der Hübscher dich ins Maul hängt, ne? Ein Stück weg. Oder? Fällt dir ja schon mal so runter, oder? Ach so, kleiner. Guck mal hier. Oh, hier ist der Finger. Guck mal hier. Auch so vorsichtig hier. Auch. Ja. Ganz toll. So. Und der letzte? Nimm dir ruhig noch was. Der letzte Brei für den Kleid. Guck mal. Aber guck mal, die kleine rote, die ist immer ganz oben. Siehst du das? Ja. Ja. Lass ich mal aus hier, ne? Die gibt mir noch was. Helmut, da oben ist die Tüte, da kannst du dir noch was nehmen. Brauchst du noch was, Lika? Mhm. Ja. Ah. Wer bist du denn jetzt? Du bist doch Lika. Hier komm. Sergeant Orange. So, komm mal her. Ich hab die Moppels hier. Weil du hier so schön hingekrochen. Weil du hier so schön hingekrochen hast. So, hier komm. Ja. Ja. Ich hab fein. Ich hab fein. Und du küsst jetzt auch was? Ich bin ja wie eine Mutter zu euch. Wie eine Mutter. Guck mal. Tön sie mal. Aber ger Uni church dort.